Da kommt er eigentlich ganz gut klar so aktuell. Jetzt haben wir auch eher den Mecher, weil hier, ich glaube, das bringt jetzt nicht so viel, wenn man da die Flächenangriffe hat oder so für Einzelteile überhaupt kommen. Dann nehmen wir hier einfach den Mecher hin und machen dann hier gleich Raketen. So. Ähm, hier hätte ich dann gerne mal, äh, den... Ne, dem hier hätte ich gerne mal. Da brauche ich doch genau zwei Gold. Ja. Guck mal, da haben wir jetzt einen Flake. Ganz genau. Oh cool. Target acquired! Oh, wuh! Oh, Moment ach, ich doch kein Schecht. So, dann machen wir doch mal schnell ein Prozess mit dem. Schön, dass wir jetzt mit dem schnellen Prozess gemacht haben, aber da haben wir jetzt viel für den Kamin da haben. Ich hätte gerne mehr Geld aus der Dimal. Dann kann ich nämlich da öfters hier Schläge machen. Was greifen den Krebsen? Ja, ich greife hier. Äh, ja. Oh, oh. 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 Oh. Äh, ja, da machen wir vielleicht mal noch die Truppen hin, und viel mehr kann ich dann auch gar nicht. So, Bonhart, die Gäste, Moderna, Flügel. So, machen wir da nochmal einen Bomberrisch, und da dann ein bisschen auf, also wenn ich dann, äh, jetzt kann ich da einen Bomberrisch machen, kann ich das wieder auch noch upgraden. So, und euch, mach ich mal ein bisschen stärker. So, ich sag, machen wir hier dann gleich die Assassinen hin, die dann hier wieder Geld schützen können. Das ist doch ganz praktisch so, wenn da viel Geld kommen wird. So, dann können wir hier nämlich viel Geld schützen. Oha, da kommen einige. So, ich muss, dass der noch durchkommt. Das wäre suboptimal. So, dann machen wir da den, und dann würde ich sagen, machen wir hier den hin. Da wir hier so eine schöne, äh, runde Ecke haben, wo man das alles ausnutzen kann. So, dann herrampeln wir mal. So, dann können wir auch schon annehmen. Ich glaub, wen haben wir denn da? Todeskrallenechse kostet zwei Länge oder Fernangriff. Das sind... Fernangriff ist hier aber auch sehr weit gedehnt, stell ich fest. Ich glaub, hier machen wir was so schön zentral, ich mal ein Bögen hin. So, die Gruppen auf den Türmen greifen sich ja zum Glück nicht an. Das wäre ja, äh, wenn das irgendwann eingeführt würde, das wäre dann, glaub ich, komplett okay. So, die Assassinen sind ja glücklicherweise mehr oder weniger im Stealth-Modus großgeteilt. Da wären sie nicht angegriffen. So. So, dann greift der jetzt einfach bis hier an. Ey, die Assassinen wird da ein bisschen versetzt. Oh, wenn wir das auch erst mal dodgen müssten. Ah ja, da kommen jetzt Zugs-Licher rüber. Ähm, Bruna, also die hier auch angreifen. Hoffen, dass die Bruna sich nicht angreifen. Da kann ich keinen mehr hinsetzen. Das macht jetzt eh keinen Unterschied. Wir machen den mal stärker. Das macht jetzt noch ein bisschen was, wenn man läßt. Das macht jetzt mal ein bisschen Spaß. Dann machen wir den Rhein-Protz, wenn du dir dasst. Und ich tue die Prenge auch. Da kann ich auch nicht. Ja, du bist gar nicht so sicher. Ich habe jetzt aber fette Snipergewehre, dann mache ich jetzt mal Maschinengewehr an. Ich weiß nicht, ob da kommen wir mit klar. Ja, du bist gar nicht so sicher. Und dann brauche ich noch ein bisschen Geld oder ein bisschen Geld. Da darf vielleicht mal noch einen Nekromanten hin. Da darf ich dann einen normalen Magier zur Absechslung. Ja, du bist gar nicht so sicher. für dich her Die Borat, du gehst mal lieber da unten helfen die auch gebraucht wird Das ist nämlich ganz gut, wenn der hier bei dem Mörser attacken wenn er da dann vielleicht Skilette erzeugt Die helfen hier speziell nicht so, aber prinzipiell helfen sie ja